Die Gamescom steht vor der Tür. Bist du auch dabei, Mario? Mario? Free Facts von der Fraktion der Freien Demokraten. Spezial! Ich habe mir heute mit Mario Brandenburg einen Experten für Technologie und Forschung eingeladen, der sich seit Jahren mit dem Thema Games beschäftigt. Für mich ist die Gamescom ein Pflichttermin. Die Gamesbranche ist extrem vielfältig. Deutschland ist schon der drittgrößte Markt in ganz Europa, aber da geht noch was. Ein weiteres wichtiges Thema auf der Gamescom wird künstliche Intelligenz sein. Kürzlich hat das EU-Parlament über den AI-Act abgestimmt. Aber worum geht es da eigentlich? Der enorme Anstieg an KI-Systemen und Lösungen in Forschung, Wissenschaft, aber auch der Spielewelt hat dazu geführt, dass wir einen Rechtsrahmen brauchen. Aber bremst das nicht den technologischen Fortschritt aus? Das gilt es zu vermeiden. Innovationen müssen die Chance haben, in den Markt zu kommen, aber eben auch Bürgerrechte und die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer müssen gewahrt bleiben. Der AI-Act verbietet beispielsweise Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Und wen von euch sehe ich in Köln? Also mich bestimmt, denn Es geht mir in Open.